Musik Hallo, ich bin die Kim Knieher, ich bin 20 Jahre alt und komme aus München. Ich arbeite zur Zeit in Funkstadt auf dem Gestüt Prinzenberg beim Dietmar Gugler und gesattelt hier in Frankfurt habe ich den Sky Boy, meinen 16-jährigen irischen Schimmel. Ich bin froh, hier reiten zu dürfen und bedanke mich ganz herzlich bei den Spundoren.